Teil 9 Im Netz Samstag, 11 Uhr Green durchsuchte die Daten des Genfer Flughafens. Carlo Gerber war in den letzten drei Monaten fünfmal mit British Airways nach London geflogen. Business Class Die Flüge bezahlte eine Firma namens S-Crypto AG. Der letzte Flug ging am 15. Juli. Carlo hob um 14 Uhr in Genf ab und kam um 14.55 Uhr Londoner Ortszeit in Heathrow an. Falls Carlo den Quantenrechner dabei hatte, konnte Red nicht in der Schweiz, sondern nur in London festhängen. S-Crypto hatte eigene Server. Die Firma bot Beratung im Bereich der Informationssicherheit an. Die Mitarbeiter waren Informatiker, Mathematiker, Kryptologen und Rechtsanwälte. Die Liste der Kunden war lang und eindrucksvoll. Die Schweizer E-Bank, die Börse, der BND. Es gab eine Seite mit Links zu einzelnen Mitarbeitern. Green filterte Carlo Gerber. Der Typ sah Chrissy ähnlich. Carlo Gerber. Informatikstudium an der ETH Zürich. Zwei Auslandssemester an der University of Oxford. Bachelorabschluss. Aufbaustudium an der TH Luzern mit dem Abschluss Master of Security Information. Seit 2004 für S-Crypto tätig. Zuständig für die Entwicklung von Security Software. Seit 2006 Projektmanager für den englischsprachigen Raum. Zufrieden tauchte Green in die Tiefen des Netzes ab. Er musste nur noch herausfinden, an welchem Projekt S-Crypto in Großbritannien beteiligt war. Und er würde alle Spuren, die Carlo in den letzten 14 Tagen im Netz hinterlassen hatte, finden. Merci vielmals. Samstag, 12 Uhr. Der Bus fuhr ohne Umwege zum Hilton. Chrissy, die viel lieber U-Bahn fuhr, tröstete sich. Es war ein Doppeldecker und sie hatten oben in der ersten Reihe einen Sitzplatz erwischt. Sie mochte den weiten Ausblick und das hippe Fahrgefühl. Je näher sie dem City-Bereich kamen, umso mehr Touristen wuselten auf den Gehwegen. Vor den London-Dungeons hatte sich eine lange Menschenschlange gebildet. Ein großes Schild prangte über dem Eingang. Die Kelker von London, lassen Sie sich diesen Horrortrip nicht entgehen. Echte Schauspieler sorgen für den nötigen Nervenkitze. London Bridge, kam die Durchsage. Wir müssen raus. Sie liefen die Tuli Street Richtung Tower Bridge und kamen diesmal zu Fuß an den Dungeons vorbei. Dort wechselten sie die Straßenseite. Die Menge vor dem Eingang war inzwischen nicht kleiner geworden. Da waren wir auch schon mal drin, sagte Raymond. Leider, erinnerst du dich an das Zimmer mit der Köpfszähne? Raymond schüttelte den Kopf. Anne Boleyn, die zweite Frau von Heinrich dem Achten. Die Enthauptung war mit Wachsfiguren naturgetreu nachgestellt. Widerlich! Ich hatte lange Zeit Albträume. Ich erinnere mich nur an einen blutverschmierten Kerl. Und der war ziemlich lebendig. Hab ich komplett verdrängt, antwortete Chrissy. Echt? Ich erzähl's dir. Muss nicht sein. Och komm. Die Tour führte in einen schummrigen Kelker. Der Typ kauerte, zerlummt und blutverkrustet auf dem Steinboden. Der Arme war mit einer Halsschelle angekettet. Wir näherten uns. Er sprang auf und gebärdete sich wie ein Rasender. Wir nix wie raus aus dem Kelker. Und er, plötzlich ohne Halsschelle, rannte uns keifend hinterher. Von Rose' schrillem Geschrei bekam ich total Schiss. Den Gefangenen soll es übrigens heute immer noch geben. Na toll, da beherrscht er die Rolle mittlerweile bestimmt perfekt. Die kupferne Fassade des Hilton Hotels funkelte in der Sonne. Vor dem Hotel war ein Straßencafé mit gelben Sonnenschirmen und runden Bistrotischen. Chrissy und Raymond steuerten auf den Hoteleingang zu. Eine vertraute Stimme rief, Grüezi, Chrissy! Carlo? Sie schaute sich suchend um. Er saß an einem Tisch. Vor ihm ein leerer Eisbecher. Neben ihm eine Blondine. Carlo sprang auf und kam ihr entgegen. Was für eine Überraschung! Was treibst du in London? Wahrscheinlich hast du wieder mal Ferien, oder? Ähm, stockte er. Sein Blick blieb am Aufdruck von Chrissis T-Shirt hängen. Endlich ohne Stoff. War in fetten Lettern zu lesen. Daneben prangten unzählige Unterschriften. Sein Gesicht stürzte ab. Das war genau die Reaktion, die Chrissy provozieren wollte. Sie grinste frech. Bleib cool! Ich hab die Zehnte geschafft. Die Mittelstufe ist endlich hinter mir. Naja, der Spruch ist nicht ganz korrekt. Ich mach weiter. Aber zumindest hab ich Ferien und bin jetzt sechs Wochen komplett ohne Stoff. Und du? Ich hab gehört, dass du dich ständig in der Welt herumtreibst, anstatt brav in der Schweiz zu bleiben. Hört sich aufregender an, als es ist. Glaub mir. Er stürzte und sah sich Chrissis Begleiter genauer an. Hallo, Raymond! Mann, ich hab dich ja gar nicht erkannt. Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen, oder? Komm, setzt euch zu uns. Die Blondine hatte die Szene amüsiert beobachtet und winkte ihnen zu. Das ist Britta Hellström aus Stockholm, meine schwedische Kollegin. Wir haben eine etwas dröge Konferenz hinter uns und sie hat mir beim Warten auf euch Gesellschaft geleistet. Hi, Britta. Nicht, sie kennenzulernen, sagte Chrissi höflich und musterte sie. Die Schwedin hatte lustige Sommersprossen und türkisfarbene Augen. Raymond nickte nur freundlich und schaute gedankenvoll von Britta zu Carlo. Was haltet ihr von einem Eis? fragte Carlo. Viel, sogar sehr viel. Aber wir sind eigentlich nur hier, um dich einzuladen, gab Chrissi zurück. Euch, warf Raymond ein. Ich kann auch eine Karte für Britta organisieren. Kein Problem. Was? Echt? fragte Chrissi leicht irritiert. Also gut. Wir haben Freikarten für das Musical Wicked. Es fängt um halb vier an und spielt im Apollo-Victoria-Theater. Macht richtig Laune. Rose hat uns Ferienjobs als Platzanweiser besorgt. Nach der Vorstellung wartet ihr, bis wir mit der Arbeit fertig sind. Wir könnten dann zusammen in Soho essen und ein bisschen quatschen. Britta fragte neugierig. Wicked? In dem Musical geht es um die wahre Geschichte der Hexen von Oz, nicht wahr? Die Plakate hängen überall in der Stadt. Genau. Die Show ist toll. Carrie Alice singt den Pate Elfaba. Und Rose, meine Ma, ist ihre Maskenbildnerin. Ich nehme die Einladung gern an. Britta, wie sieht's aus? Hast du auch Lust? Carlo warf ihr einen fragenden Blick zu. Auf alle Fälle. So ein tolles Angebot bekomme ich nicht alle Tage. Super. Holt die Karten an der Kasse ab. Wir lassen sie auf den Namen Gerber zurücklegen. Kommt spätestens um drei. Wie kommen wir am besten zum Apollo? fragte Carlo nach. Es ist direkt bei der Victoria Station. Ihr nehmt die Tube. Von hier aus lauft ihr am Thamse-Ufer Richtung Millennium Bridge und überquert sie. Der Weg zur Station Blackfriars ist ausgeschildert, erklärte Raymond, kramte einen Tube-Plan heraus und drückte ihn Carlo in die Hand. Wir müssen jetzt los. Arbeiten, drängte Chrissy mit einem Blick auf die Uhr. Bis später und merci vielmals, rief ihnen Carlo mit einem verschmitzten Lächeln hinterher.